Wir sind Source of Rage, wir kommen aus Gronau, also der Großteil zumindest und uns gibt es jetzt seit anderthalb Jahren knapp. Wir sind insgesamt fünf, ein zweiter Gitarrist noch und Gesang. Marco von Source of Rage und wir sind zum ersten Mal beim Lockheater Week dieses Jahr und wollen da angreifen. Es ist schon ein paar Jahre sozusagen und einfach eine Idee sozusagen, dass wir da auch mal in eine andere Richtung. Wir waren jetzt eher Hildesheim, auch Salzgitter und Hannover schon mal so unterwegs und jetzt das erste Mal Alfeld und so sind wir da drauf gekommen uns hier mal zu melden. Wir machen Melodic Death Metal, so Stil, also unsere Vorbilder sind In Flames, Machine Head, Turn of Bottom auch, Arch Enemy so ein bisschen. Und ja, wir haben da so die Richtung wollen wir uns vornehmen und Musik in der Art machen.